Ihr sollt die Spülmaschine anmachen. Ich habe aus Versehen, was man in Wäsche reintut. In Wäsche? Allah bella! Wenn deine Chia-Club-Besitzer kennt, dann ist sie eine Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da. Gibt ihr Tequila? Ja, haben wir. Ich nehme Tequila. Ich nehme die Juhmeister. Okay, bringe ich euch. Voll der Alkoholikertisch hier, das wäre unverschämt. Ach Quatsch, ihr habt einfach Spaß, das ist doch gut. In Südafrika warst du schon mal? Wo warst du da? In Ägypten. Das ist ja in Nordafrika, fand ich auch. Echt? Hallo, was willst du mal machen? Ich werde anwalt werden. Anwalt. Normal. Normal. Anwalt. Anwalt normal. Das ist geil. Anwalt. Achtung! Hauptstadt von Deutschland. Berlin. Hauptstadt von Österreich. Wien. Hauptstadt von Italien. Italien. Rom. Luxemburg. Spanien. Barcelona. Real Madrid. Real Madrid. Ja, genau. Hauptstadt ist die Hauptstadt Hertha BSC. Jungs, schreibt mir gerade Hausaufgaben ab. Nein. Wer ist denn euer Lehrer? Das mache ich für meine Mutter. Für deine Mutter? Wie heißt euer Klassenlehrer? Was? Wie heißt euer Klassenlehrer? Ich bin der Praktikant auf der PBK. Nein, ich schreib das nicht für meine Schule. Wie heißt euer Klassenlehrer? Äh, warum? Wie heißt euer Klassenlehrer? Frau Eilberg. Frau Eilberg. Okay, wir sehen uns. Der Döner muss auf 3 Euro bleiben. Döner muss 3 Euro sein. Ich sorge schon dafür, dass der Döner 3 Euro bleibt. Wer Döner teurer als 3 Euro verkauft, macht sich strafbar. Solange ich lebe, bleibt der Dönerpreis bei 3 Euro. Ja, Döner muss 3 Euro. Deutschland ist in Gefahr, wenn der Döner teurer wird. Olaf Scholz will Döner auf 7 Euro machen, aber nicht mit mir der Peach. Du musst... Vorsicht, da ist eine Schlucht! Wo? Hinter dir! Wo? Wo? Hier ist es so! Döner lyckende Typ。 Du kannst legen Schau mal, ich guck mal. Nachhören. Ey Jungs, kennt ihr das, wenn ihr eure Eier genau so kratzt? Zola, Ginger, Starlight. Curly Sue, Sascha Rose, Painted Quessy, Cupcake, Don Camillo. Da steht still. Und jetzt guck mal. Woher? Woher? Du bist still. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich jeden Tag so abzuschießen. Warum machst du es dann? Du verstehst gar nichts, oder? Es ist all inclusive. Du bist gemeingefährlich. Ich werde dich... Ich. Ich zeig dich an. Boah, Junge, achte mal. Ich habe ein herbe, hübsches Mädchen hier gefunden. Soll ich die mal anschreien? Digga, immer alle grün, netz, Alter. Deine Perlen sehen immer alle genau gleich aus. Was redest du? Du hast selber immer genau die gleichen. Immer nur so winzige Blondinen. Hä, nur weil die bei dir immer alle gefühlt größer sind als du? Ja, oha, du musst direkt wieder übertreiben. Sei doch froh, dass du bist. Dann nehmen wir uns wenigstens gegenseitig nichts weg. Ja, okay, eigentlich hast du recht, Junge. Ja, also, Leon, was ist eigentlich mit dir? Was hast du so für einen Geschmack? Ja, ehrlich, Leon, Alter. Bei dir hört man gar nichts mit Frauen. Fünf, mein Geschmack, Digga. Was redet ihr? Hauptsache, ihr habt Puls. What the fuck? Na, alles okay. Alles ist okay, ja. Nein, scheiße. Ruhig, ruhig, ruhig. Ich muss bleiben. Alles okay bei dir? Alle gut, ja.